Schon vor 100 Jahren reichte Fischfangen an Reihen und Sieg nicht aus, um eine Familie zu ernähren. Die Fische arbeiteten in den Fabriken und sie flochten Körbe für private und gewerbliche Abnehmer. Das Korbflechten ist ein Beruf. Denken Sie daran, der Moses hätte schon den Körben gelegen. Solange geht es der Beruf schon. Und Korbflechten, Netze stricken und Wischen, das war alles irgendwie eins. Und die großen Korbflechtenfamilien, die waren in Mondorf. Die waren für den ersten Weltkrieg, waren 200 Korbflechten selbstständig. So viele Körbe wurden früher gemacht. Mein Opa, die waren früher auch nebenberuflich tätig, die waren in die Schossenfabrik, in Siebosch. Und nebenberuflich haben die Körbe gemacht und die Wäsche. Mein Vater, der selber, der war auf der DAJ, hat nebenberuflich Körbe gemacht und nicht Wäsche. Aber überhaupt, es ist nicht Körbe gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.